Hey Leute, es ist mir wieder euer Dragon Raid. Heute spielen wir die Keine-Kassen-Zombie-Karte Nacht ohne Tod mit Wardens Gun Mode. Und mit dabei ist der Oskar. Hallo. Und es sieht aus wie der Typ in Schmerztransit mit dem Anzug. Ja. Ey, hast du ne heztige Fresse, Mann. Haha, du aber auch. Haha. Wird grad reingeschießen, aber es geht nicht. Musst du könnte es da und lauter machen, ja. Ja, das ist halt ne Gun Mut. Für die Karte nach Dohntoten. Wie gibt's das, äh, Kastenweapons oder was? Ja. Geil. I love to kill Zombies. Plus find ich irgendwie grad keine. Lass mich auch mal einen töten. Was sind denn die ganzen Scheißviecher? B23, äh, 200. Alter, was sind die Viecher? Kauf mal gleich die Tür zur Kiste auf. Kauf mal auf, Mann. Noch nicht. Hier haben wir doch noch zwei Waffen. MP7 und... B23. Achtung. Ach so. Ach so. Mp7, gibt's auch. Ja. Geil. Eilhaft killzahm bies. Was die Ding, was mal die ganzen Fässer zerstört haben? Ja. Musik. Mach mal kaputt die Scheiße. Mach mal kaputt die Scheiße. Schlau. Schlau. Was die Ding. Schlau. Ach so. Schlau. Schlau. B2. Schlau. B2. Schlau. 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 datte bad boys bad boys watch kinder in kampf vorjubel ist langweilig ich habe aufgekauft ich kann mir hier klitschen rakan mark 2 was hast du rollens mp9 mp9 kenne ich gar nicht nein hier ist die akku an der wand und die stakeout mach mal die fester kaputt und wirst du immer ich es du musst sie hören bad boys bad boys ich habe keine monie mehr die kiste küsse die art nicht schlecht irgendwie kommt es mir so vor als ich mich richtig langsam brennen würde und den geilen sound die waffen ja sehr maximo die ton so was heißt die stark die art überhaltig die kürzisch komisch aus der mädchen hat die aktiviert aber durchschließend recht nah am ersterben mussten Zombies, wo seid ihr? Die Musik geil Na 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 Was soll das werden? Wie was soll das werden? Die Musik hier Aha Komm ich kopfe nach oben auf Was so rum? die G3 hängt hier noch und irgendwas der Schrank ist nicht da, auch dort der Kurs hat sich du wollte also doppelhändisch die M16 16 das war die von Black Ops 2 Trommel Trommel-Magazin kann man dazu Trommel-Magazin sagen keine Ahnung man ich finde noch keine Zombies ist gerade das Problem naja Weihnachter und Toten aber es kommt noch Zombies nicht doch ich guck was ich hab was äh was soll denn das Schalz ernsthaft mhm warte mal pp's haben das muss jetzt eigentlich hier gehen die Musik geil man da 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 geil man die karte ist gar nicht so schlecht jetzt besser wie vorher also ist das so viel kills mehr weg was soll das scheiß was geht denn da schien bei mir bei mir ist keine musik da einem radio hier vorne hörst du ich höre nichts echt nicht mal der musik lauter ich bin sound einstellung dann hörst es vielleicht es kommt wieder andere musik laut das ist ehrlich nicht irgendwie spawnen hier extrem langsam die akku blöck auf 2 1 blöck auf 2 die pf ist geil man ich glaube wir schaffen hier runde 500 jährlich adp bis heute mal viel schwächer die akku da johen in dem kraft auf ok Prozent es ist alle verkauft und zettreiber nicht glaubt Lalalalalalalalala Jörg ein hey kommt als die ACS meint stärker die PPSA und schon mit der Zerbekommen ich wüsste mich auf diesen zu nicht wählen wie welche Auflösung dann wird man ein PC die höchste wenn einfach äh 27p das reicht wie viel? 27p nehm ich auch Full HD ist man hat mal keinen Unterschied fast ja ich hab Full HD ich mein die Ränder auflösen brenner ist doch gar nix man und trotzdem aber ich hab trotzdem einfach das höchste er labert irgendwas mit auf der Karte was mit zu labern ja da kommt es mir auch grad in die Gefahr welche Maps spielen hier? nach der Untoten mit äh gun mod ach so gun mod ich kann die Waffe nehmen ich kann die nehmen Junge mach doch versuch's nein ich will ja aber nicht hab die PPSA ne Handmann ok geh du mal die Kiste und versuch's euch ob ich dir ne Waffe nehmen kann ja aber erstmal nix nicht haben wir verpisst ich jetzt streitet euch drum ich hab die AN ich hab die AN ich hab die AN nicht nach der Untoten mit geil AN 94 ja ne 84 ne 80 echt jetzt? Spasti ne schnell kann ich ihn bitte missen nimmst die mal die MP5 naja ich bin dann nochmal kurz weg geht nicht wie es geht nicht geht nicht naja naja guck mal was ich hab was was ist das? was sagst du denn? hab 40 ähm Gakimbo NEIN doch alter wie geil aber ich schieß halt nur ja fack auf Steakout hab ich aber nicht genommen tt ja Junge kommt dann auf die scheiß T-Taste scheiße man Junge kommt sofort hier her man ha 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 ich war so mit T-Taste einer noch komm einer jetzt komm her einer ist irgendwie zu viel das ist ein Qualler ey den hast du den hast du abgeschossen ja hab ich abgeschossen ey die Hines ist saugge aber nicht stark die erste stärkste Waffe kommando probier ich mal aus wie Kopfhör zu scheiße die ein nevern nämlich mal nicht die Atombaule lass meine Waffe testen die ein behalte ich jetzt wo ich sie mag ja kumma nur ist nicht schlecht was habe ich die cz wieder oder nein das ist ja es kommt 40 hey wie stieß ich mit einem anderen ding aber es war vorher drücken automatisch mit beiden ok gut zu wissen ja man kriegt aber nur zehn punkte wenn man heute weiß man das ist einfach das ist halt nur abgebildet ist ja es ist scheiße ach sie schwach man ja was weil ich muss einen töten oder so kann ich eine kiste ich gehe mal in die kiste hier ist die schwach g3 ich dachte mir ist nur dafür gemacht dass man die kiste geht rpk ausgleiche anbots halt weil man aber das ist ein wort abgeschrieben die ist vollautomatisch geil alter freund mit elko gut abend die ist die öste ist auch die gate du dabei als der kate klappen es interessiert mich so was wollen nicht ja lebt ja ich dachte ich habe wirklich tot er mich interessiert so was eigentlich gar nicht aber war die epi kaffee money sich helfen doch hier unten ist jedoch dass du hilfe brauchst ich habe dass du das so nein ich war gerade an der kiste rette mich schnell das insta ich war gerade an der kiste ich sehe nicht was drin ist oh nein komm her ich schütze dich komm her komm jetzt her Junge mann du musst es nicht die ganzen kills erst machen ich tue die die weg ne ich klaue die kills komm jetzt her Junge ich bin gleich tot weil mir lieber so mach jetzt Spaß dir jetzt geh ich mal in die kiste бытьciu 5 ich bin lim johann ich bin wenn lieben gewusst dass ich wohl wirst jetzt gewusst hat die fresse wie heißt sondern die wahrheit eigentlich war hier der christianer schwul aber er will sie nicht verraten ja natürlich musstest du das jetzt alles sagen dass das ich glaube das war jetzt mein job ist ein zu sagen weil du hättest es im spieler vier oder später eh gesagt auf jeden fall früher oder später für die klappt nord ist da haben egal die sonst noch ein bisschen kacke also du das mit retten das wird jetzt glaube ich nix ne ich selber sterben werde das meine ich kann voll ernst man also junge das meine ich kann wirklich voll ernst ja ich hab's doch gesagt alter aber keine waffen gibt es hier hat spaß gemacht also bis nächstes mal so leute